Es war sehr schwer heute, ich denke, das haben wir die Aachen auch gesehen, um mit einem sehr hohen Tempo zu spielen. Ich denke, wir haben viel Ballsitz gehabt, auch in der ersten Halbzeit. Ja, ich denke, wir wurden den Ball laufen lassen, ohne große Torschancen, mit Geduld gespielt. Und dann, ja, zwei Halbzeiten haben wir zugeschlagen. Wir müssen viel geduldiger spielen als heute. Und vielleicht ein paar Bälle nicht so schnell verlieren, wie wir es heute gemacht haben. Aber es wird am Dienstag sich anders spielen. Die Atmosphäre wird anders, wir spielen zu Hause. Es wird ausverkauft sein. Und das ist ein Champions-League-Koali-Spiel. Und für uns ist es Ziel, Champions-League zu kommen, für jeden Spieler von uns. Und dafür werden wir alles tun am Dienstag. Es ist so, dass wir Heimspiel haben. Wir haben im Borussia-Park immer gute Spiele bestritten. Und das wollen wir natürlich mitnehmen. Und auch das erste Europapokalspieler wieder seit langem im Borussia-Park dazu nutzen, die Fans wieder auf unsere Seite zu ziehen, ein gutes Spiel abzuliefern. Und Kiew hat natürlich auch ein paar Schwächen, die werden wir versuchen auszunutzen. Auch wenn sie natürlich in der Offensive und vor allem im Umkehrspiel sind sehr, sehr gute und schnelle Mannschaft. Ja, ich denke, wir müssen noch in einem hohen Tempo spielen. Und wir warten natürlich in schwierige Gänge am Dienstag. Aber wir spielen zu Hause. Und ich denke, deshalb ist es gut, dass wir heute auch eine Runde weitergekommen sind im Pokal. Das geht für Drone.